Ich heiße Marianne, Marianne Sivignan, und komme aus Armenien. Ich bekam mit dem Job in Esbjergansammeln im Jahr 2003. Ich flyttet fra Zyskland in Danmark im September. In der startende Saison 2003 habe ich startet mit dem Arbeid in Esbjerg. Ich habe einen sehr schönen Tag, inspirationsfüllen und sehr schönen Tag. Es hat einen sehr schönen Tag in meinem Leben gegeben. Ich liebe es, und ich liebe es auch, dass ich wieder zurückkehren zu meinen Kollegen. Das ist wirklich eine sehr gute Verbindung, die wir haben, und wir haben, im Laufe der viele Jahre. Ich finde es sehr wichtig, wenn man eine Solo-Karriere hat. Man spielt nicht nur das. Also, es ist nicht nur das Orkeströre oder Solo- oder Resetale. Das ist wichtig für Karmusikken. Ich kann einfach nicht mehr aus dem, das ist für mich ein sehr essentiel. Im Laufe der Saison, wo ich höre mein Teil der Karmusik. Und es wird schon genug sein.